Jetzt werden die Sitze ausgebaut? Ja, der letzte. Der letzte? Der letzte oder das letzte, wie du möchtest. Da kommt Facelift-Scheinwerfer rein. Boah. Das kann ich nur sagen, aber... Facelift? Ja. Mega nice. Ja, ja, hier, der Kiki an der Teele. Alter, das wird wild einfach. Achtung. Ich sag, die ganze Kante müssen wir mit Schwachgemacht machen. So, wie es reingekommen ist, kommt es auch irgendwie wieder raus. Das ist auf jeden Fall. Wir haben uns natürlich für ein Radio entschieden, was mit der Zeit geht. Weil kleine Radios, wenn wir Doppel-Din haben und Doppel-Din größer haben, ist jetzt out. Wir brauchen jetzt einfach DIN mit riesen Bildschirn. Kennt ihr das? Ich zeig euch das jetzt gleich. Radio hast du auch noch nicht gesehen, Jan? Nein. Okay. Und du hast eine S-Klasse? Ja. Du hast ein riesen Radio, ne? Also ein riesen Bildschirm. Ich zeig dir jetzt mal, was ein Bildschirm ist, Kollege. Achtung mal. Einfach? Warte mal das. Achtung mal. Das ist brutal. Das ist brutal, ne? Das gefällt mir sogar. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Ding. Und dann? Ja, von hinten sieht ihr das. Mach mal hier. Die hat einen 10 Zoll Monikzoll drauf. Jack Maik, hast du das schon mal gesehen? Nein. Hammer geil? Oder nicht? Das brauchen wir ein. Das ist geil. Ja, wir haben hier einmal das Hauptkabel, da wo die ganzen Stromleitungen, die Kabel für die Lautsprecher mit schon dran sind. Aber die werden wir nicht brauchen, weil wir gehen hier über eine Endstufe dran. Ah, hier auf die USB. Kann man einen USB-Stick anschließen. Sehr schön. Das hier scheint die GPS-Antenne zu sein, für das Navigationssystem. Also hat das Teil auch das Navigationssystem. Hat man hier noch feines? Oh. Guckt euch das mal an. Eine Rückfahrkamera. Zeig mal einen Audi A8L, der serienmäßig eine Rückfahrkamera hat. Mega. Das wird für die Videokamera sein und nochmal eine USB-Verlängerung. Also zwei USB-Anschlüsse. Die rot-weißen, das sind die Cinch-Kabel für die Endstufe. Die gehen dann von dem Radio raus zur Endstufe dran, damit wir ein Audiosignal haben. Und die gelben sind in der Regel Video. Das wird auch für die Rückfahrkamera sein. Ja, ich freue mich. Mach jetzt so ein bisschen 50-50 zwischen dem Rand und dem Rand. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Wo war meine Idee? Mal gucken, wie viel wir aus dem Stoff rauskriegen. Was da alles noch hin und her kommt. Ich glaube, die A-Sagen kriegen wir dann auf jeden Fall. Ich glaube, das war so schlimm, äh. Ich glaube, ich habe three мира, die Löhse wieder oft vom Fall her. Das war's. Ich möchte mein schreckliches Ergebnis sehen, von meinem Kabel für Roller. Sieht zwar nicht hübsch aus, aber es ist funktionell. Und besser als vorher. Vorher waren es ja große einzelne Kabel. Ist ja nicht so schön, die können ja schnell kaputt gehen. Und deswegen, weil es hier funktionell entwickelt ist. Ist er insgesamt verrutscht? Ja, ist er? Wir müssen hier ein Stück rüber, Brudi? Ein Stück zu mir müssen wir insgesamt? Ja, zieh ruhig, zieh ruhig. Okay, jetzt habe ich hier sehr viel Abstand. Du hast wenig, weil du musst vom Muster abschicken. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 8. 9. Ich weiß, was die Community sagen wird. Klappt, ne? Läuft. Genau, läuft. Da richtig drauf. Vor allem in dem Bereich. Los, dich mit Klebergeistchen. Fünf bis fünfzehn Minuten. Erst mal eintrocknen. Okay. Oh ja, das war toll. Nein. Ich schaue nicht so, weißt du. Der Damm ist auch geschätzt? Ja, ja. Weil das ist eine Art Kompaktskneber. Wahrscheinlich Tieffläche und der Kleber. Du brauchst nicht gegenseitig so ein bisschen. Krass. Krass. Hey, komm her. Kann ich nichtjan ut? Ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Keine Frage. Ooooooh! 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 Oooo! Schleichen wir den gespacke stellen Was ist denn frisch gespacke? Nein Jucki, was machen sie denn? Vorbereiten, arbeiten jetzt gleich Gleich kommt der anonyme Schweißer Ah, Ehrengast Jetzt kannst du mir hier auch nochmal ansehen Und genau so was Komplett drauf? Nein Ich mach den Rest Und was würdest du jetzt? Wie würden wir das jetzt machen? Wir streichen das jetzt von der Mitte aus zu den Rändern Aber also quasi so So streichen wir das aus Was wichtig ist, so halten jetzt Genau, ihr müsst das so halten, dass es sich jetzt nicht selbst legt Weil so haben wir noch Das kriegen wir gleich weg, keine Sorge Hör mir auf den Fall Also ich würde jetzt ran Eher noch einmal streichen Mach das zu, mach das gerade so Appetit nicht zu machen Ich weiß nicht, siehst du das Ich weiß nicht, siehst du das Aber ich will nicht, ne? Ja, aber ich will nur, dass das so ordentlich aussieht Aber Bruder, das ist schon bei dir schon Fettig so, weißt du? Wir haben jetzt ein Problem, wir haben die Kante nicht mit eingefasst, weil wir jetzt hier schon drauf lagen Was ist das Problem? Wenn wir jetzt hier nicht mehr das Material haben Wenn wir jetzt hier nicht mehr das Material haben Hier ist eine Kante, die sich rein dreht Siehst du das? Und dadurch, dass das da jetzt schon klebt lässt sich das ganz schwer nur noch anheben Aber an der Stelle hier, ne? Hier sitzt die Abschlussleiste drüber hinterher Wenn du die Abschlussleiste, wenn wir die beziehen, dann sitzt die da drüber und in die Kante rein Ja Kannst du das machen? Ja, kannst du das machen Aber, sieht gut aus Sehr gut geworden Das ist wild Das ist echt wild Der Kleber, muss ich auch sagen, hat mich ein bisschen überzeugt Der ist krass Der ist krass Ja gut, dass es auch wird, ne? Ich habe damals, wo ich das das erste Mal gemacht habe Habe ich so einen nünstigen Kleber genommen Das habe ich auch direkt bereut Eine Frage, wie lange muss er jetzt so trocknen? Man sagt 24 Stunden, aber wenn wir das Ding jetzt einbauen, passiert auch nichts damit Ja, die können wir jetzt wieso nicht einbauen? Warten Das ist überhaupt nicht Das ist wirklich wahnsinnig Nein Was sind das auch? Ja, der ist oben, da oben Man tut es so 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 1, 2, 1. Wir haben fünfeinhalb Stunden und wir sind super in der Zeit. Vieles haben wir schon geschafft. Der Dachrimmel ist fast fertig. Schocki, du musst mit dem Lack eins sein. Oder ich bin mit dem Auto eins. Mach mal. Perfekt. Und Michel hat mich angerufen und besorgt mit dem anderen Kleber. Glaub mir diesen Scheiße. Ja, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht gedacht. Was ist jetzt hier oben, bis er kommt? Der hat da ein Händchen. Eine Falte haben wir hier drin, aber es ist nicht so schlimm. Eine leichte Falte haben wir hier oben drin. Mach mal wieder raus, geht gar nicht. Hast du noch ein Dachrimmel? Ja. Das wird aber echt schön, wenn das. Der ist gleich schön. Ja. Ja. Nicht so. Nicht so. Nein. Nein, nein. Es wird so. Nein, nein. 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 Nein, nein. Die komplette rechte Seite ist fertig, die linke Seite machen wir gerade. Wir sind gleich mit Schmachtel komplett durch, auch oben komplett durch und dann machen wir sauber und dann können wir viel früher mit dem Wings anfangen, mit der Folie anfangen. Aber hier ist doch geil geworden. Das ist doch einmal brutal geworden. Was sagt ihr? Schreibt mal bitte in die Kommentare was du dazu sagst. Hier der Nachwuchslautspezial, der passt nicht, wie man sieht. Wenn du eine Ecke hast, wie hier, schneidest du so. Ich hab's vergessen, ja. Hä? Du machst das schön für mich. Ich würde die erstmal so lassen. Ja, ja. Schülkische Ausbeumaschine. Ich hab jetzt hier... Die Stadt. Which ist das für mich. Ich bin ein, du bist hier. Wir waren gerade hier und zurück ! Ja, genug vor. Untertitelung des ZDF, 2020